Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohl fühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Rauderfehn, deutsche Presseagentur Lennie, ein für Freitag, 12. Juli, geplantes Konzert von Otto Walkes im ostfriesischen Rauderfehn ist kurzfristig abgesagt worden. Der Komiker postete am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite ein Video von den Proben mit seiner Bellen-Tiefriesen-Jungs und schrieb dazu, hatte mich so gefreut auf Rauderfehn-Norgen und jetzt wird alles abgesagt. Was war das denn jetzt? Wer Tickets gekauft habe, solle sich an den Veranstaltungen. Auch der für diesen Samstag geplante Auftritt von Angelo Kelly und Familie fällt aus. Wie die Gemeinde Rauderfehn mitteilte, hat der Veranstalter zugesagte Termine nicht eingehalten und die Bühne nicht aufgebaut. Das Unternehmen aus Dresden war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Gemeinsam mit dem Management der Künstler bedauern wir, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden, erklärte die Gäste.